In vielen unserer digitalen Bildungsveranstaltungen wird mir immer noch die Herausforderung zurückgemeldet, schnell und unkompliziert zwischen dem einen und dem anderen Programmfenster hin und her zu wechseln. Gerade bei Laptops mit kleinem Monitor, wenn kein zweiter Monitor da ist, kann das ja auch schon wirklich notwendig werden, so zwischen der Videokonferenz, dem Wordfenster, dem Browserfenster einfach mit einem Klick wechseln zu können. Natürlich geht das über die Startleiste unten, ich suche mir das jeweilige Programm aus, aber es gibt eine nette Tastenkombination und die zeige ich Ihnen jetzt. Viel Spaß! Da ich jetzt gerade selber vor einem Apple-Computer sitze, muss ich auch ein wenig tricksen, um Ihnen die Windows-Oberfläche zu zeigen. Die ist jetzt hinter mir über eine Zoom-Freigabe eingeblendet, das heißt, da ist ein Computer, der jetzt gerade den Desktop freigibt. Und offen ist jetzt gerade die Zoom-Videokonferenz, der Chrome-Browser, der Firefox-Browser und Microsoft Word. Und entscheidend sind jetzt hier die Alt-Taste und die Tabulator-Taste. Ich drücke zuerst die Alt-Taste und mit einem Klick auf die Tabulator-Taste öffnet sich eine Übersicht über alle offenen Fenster in Windows. Das funktioniert übrigens auch parallel bei macOS und in anderen Windows-Versionen. Und jedes Mal, wenn ich auf die Tabulator-Taste drücke, geht die Auswahl einen Schritt weiter und ich kann mir das Fenster aussuchen, was ich als nächstes öffnen will, zum Beispiel Microsoft Word. Lasse ich nun die Alt-Taste los, wird automatisch Word geöffnet. Jetzt kann ich wieder auf die Alt-Taste drücken, auf die Tabulator-Taste und mir zum Beispiel den Chrome-Browser wieder als nächstes aussuchen, was geöffnet werden soll. So haben Sie einfach die Möglichkeit, in einer Videokonferenz ganz schnell zwischen den Fenstern hin und her zu wechseln. Machen Sie es gut! Machen Sie es gut! Untertitelung des ZDF, 2020